Musik 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 Oh, ich hasse das, ne? Wenn es hier so dunkel ist und alles und du siehst nichts. Mit der Lampe verrätst du natürlich deine Position. Oh, der ist schon tot, okay. Tot. Wo ist er? Wo ist er denn? Ist er da? Verdammt! Hinter mir war dieser Kacktisch. Entschuldigung. Oh nö, oh nö, oh. Wo ist er denn? Wo ist denn der kleine Scheißer? Was? Hä? 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 Wo bist du? Kleiner Lüge. Alter. 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 Ja, ja. Du kannst mich gar nicht sehen, hier ist dunkel. Kleine Schweinehunde. Das stresst mich hier. Halt! Hast du irgendwas für mich? Wo seid ihr denn? Na klar, ich steig nach oben in die Dunkelheit. Oh, hallo. Alter, jetzt steigt doch das Fenster, das kann doch nicht so schwer sein. Warte mal, die Munition habe ich noch. 46, 46, 46, 46, 46, 48, tausch ich? Tausch ich? Ne, hier habe ich immer noch mehr Munition, als wenn ich jetzt die Nagelkanone nehme. Da, 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 da. Oh, Checkpoint. Oh, ich hasse. Nein. Nein, bitte nein. Fuuuck. Ne, ne? Oh, ne. Halt, warte mal. Was habe ich denn noch so an? Oh, ich habe noch zwei Geschütze. Der kann keine Treppen steigen, der Brocken, ne? Huh? Kann ich denn irgendwie umgehen? Oh, sei doch leise, Mann. Oh, sei doch leise, Mann. Oh. Der ist da drin. Ist aber die geringe Hoffnung. Oh. 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 eh dass ich da bin. Mach dich locker. So. Erstmal volle Lebensenergie. Erstmal speichern. Erstmal Tür auf. Ah. Sigh. Vorbereitung ist... Oh. Oder so. Erstmal speichern wir. Den haben wir nämlich los. So. Meine Fresse. Ich habe so eine Dreiviertelneuntel Ausrüstung verloren. Aber... Muss ich ja nochmal rein. Würde ich sagen, ne? Sonst haben wir alles. Jut. Dann gehen wir mal weiter. Nichts wie weg hier. Das ist wieder nur eine Lüftung. Das ist kein Auto. Oh, da ist das abgestürzte Flugzeug. Hoppala. US Air Force. Habt ihr irgendwelche Supply-Kisten hier mit... Hat das hier irgendwas an Bord, was ich gebrauche? Aua. Heiß. 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 Habe ich hier Kisten dabei. Jut. Ich habe die U-Bahn gefunden. Tööö. Tööö. Was haben wir da? Okay. Speichern wir hier mal schnell. Ich denke, der Level ist jetzt zu Ende, ne? Och, okay. So, das U-Bahn-System ist mit dem Krankenhausbezirk der Innenstadt verbunden. Jinsung Kwan ist vorausgegangen und wartet. Allein. Folgen Sie zum Medical Center. Abstieg. Ja, Abstieg. Wir sind echt abgestiegen jetzt hier. Vielen Dank dafür. Alter, warum? Was war das denn jetzt? Warum? Warum fällst du um, wenn ich an dir vorbeigegangen bin? Alter, das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ich höre Alma. Ich höre Alma, das ist nicht gut. Die Kisten müssen runter zum Transport. Es kommen um ihr Vorhänderein. Und wieso sind diese Klonsoldaten hier? Oh, das ist nicht gut mit der Munition. Halt, stopp. Ich sehe gerade mal. Ich muss mir erst mal die Granaten wieder aktivieren. Das meinte ich schon wieder. West 14th Station. Hm. Ich habe die doch gerade gehört. Oder waren die über mir? Ne, die kommen mir jetzt entgegen. Weißt du, dieser Tunnel ist dafür prädestiniert, dass gleich hier so ein riesen Kampfroboter wieder durch... Oh nein, Alma, nein. Bitte, nein. Alma, warum? Geh doch weg von mir. Hä? Was? Die kleine Alma sagt immer, hilf mir. Und die große hier ist völlig psycho. Der, 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 der. Oh, oh. Schon wieder ein Toten? Ein Toten. Aha. Wow. Vorsicht, oder? Mach die Tür zu. Aber Türen öffnen können sie nicht. Alter, nimmst du jetzt die Munition? So. Ja, ich weiß, dass ihr da drin seid, aber du, ne? Oh, toll. Hier kommt die warme Luft raus. Und irgendeiner hat hier sein Büro. Oder halt den Raum, wo er halt drin saß. Das, äh, stelle ich mir sehr unangenehm vor. Fragile. Ja, gut, Freunde. Ich weiß, ihr seid dahinter. Speicher hier nochmal. Nicht wahr? Ja, gut. Äh, okay. Äh, lä, 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 lä. Halt sie am Ticketschalter. Halt sie am Ticketschalter. Ich versuche die ganze Zeit die Tür wieder zuzumachen. Ja, jetzt. Jetzt ist es auch zu spät. Oh, halt. Meine Knarre ist leer. Warte. So. So, da ist auch noch was. Schnell gewechselt. La la la. Ich glaube es hackt. Ja, ist gut. Ich habe es jetzt verstanden. Jetzt höre auf, mich hinterher zu rollen. Mann. Ich muss lauschen. Ich muss hören. Ich muss hören, was hier los ist. Ich kann mich nicht auf irgendwelche komischen Plopperle-Plopp-Geräusche konzentrieren. Alter. Oh. Oh. Was ist meins? Halt. Stopp. Speichern. Orange Line zum Medical Center L. Bitte einsteigen. Oh, das ist egal. Ja. Oh, oh. Der war ein Baum hier unten. Okay. Shit. Der Checkpoint. Okay. Bist du immer noch da? Okay. Nö. Dann warte ich, bis du wiederkommst. La 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 la. Hm. 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 Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Da kommt er. Er kommt. Aber er hat mich nicht gesehen, hoffe ich auch mal ganz stark. Okay, okay, okay. Schultern lockern. Wo ist er hin? 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 Naja komm, eins kann ich nicht. Oh, 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 oh. Ah, da. Ich hab dich doch gesehen. Wo bist du? Fuck, ich hab's gewusst. 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 Oh, ich hab's gewusst. Hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Ich muss doch hören. Okay. Ah, Mann. Ja, das war Risiko. Das war ziemliches Risiko, aber... Habe ich... Irgendwo. Oh, Munition. Irgendeine andere Waffe? Warte kurz. Ah, nee, da... Ah, schade. Ich komme ja nicht mehr raus. Hm, 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 hm. Das heißt, ich muss warten. Dann werde ich gleich erst mal als erstes den Raketenwerfer wieder austauschen. Und mal schauen. Mal schauen. Kann ich hier rein? Ach, nee. Ladies. Äh, da. Da ist eine offene Tür. Das ist verdächtig. Da ist ein Aufzug. Kann ich mit dem Aufzug fahren? Nö. Das heißt, ich muss durch die Tür. Erst mal gucken, ob die hier aufgeht. Nein, natürlich nicht. Oh, keep out. Da darf ich gar nicht rein. Hm. Machen wir da. Munition hat die ja wirklich keine mehr, ne? Ja. Naja, geht. 6,5, 18, dreimal nachladen. Gut. So, vor der Tür wird erst mal gespeichert. Meins. Gut. Speicher lieber erst mal lieber nochmal. Man kann ja nie wissen, ne? Ja.